Apropos, ich brauch inzwischen mal endlich wieder ein Intro, ey, ich hab einfach keins in letzter Zeit. Und meine Freunde waren zuvor immer so ein richtiges Geiles zu machen. Ich nehm jetzt auf, du kannst was sagen. Ich nehm auch schon auf. Ja gut, dann sollten wir mal endlich eine, äh, würdige Begrüßung machen, würd ich sagen. Fang du an, Ladies first. Ähm, ja. Moin, selbst und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play vom Brickforce. 99,9% von Level 60. Ja, und Stevie, okay. Ja, Stevie fragt mich gleich mal nach, okay. Ja, ansonsten, jetzt möcht ich noch mal ganz kurz in diesem Video einfach noch mal ein paar Dinge ansprechen. Und zwar, zwei Jahre Brickforce. Was war los? Also, ich würd mal, also... Ja, wie soll ich gar... Ich würd mal sagen, ganz am Anfang fang ich an. Damals, ich weiß noch ganz genau, jetzt werden die alten Kamellen wieder ausgepackt. Aber da ich grad ein bisschen dumm wie scheiße bin... Warum? Oh, pass auf. Und Nate rein. Oh, was ist das für ein Hurensohn? Oh, was ist das für ein Hurensohn? Ja, das war das. Ja, das war das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020